Stehst du auf der Wacht und hast das Gewehr in den Händen. Liehst du auf dem Strau in deinem Kantonament. Sitzt du im Moment gerade beim Schreiben am Tisch. Papi, wo bist du? Wo du auch bist, keine Sorgen brauchst du haben. Wir, deine Kinder, wir stellen dir mal an. Helfen dir, Mami, was hast du und was gibst. Papi, wo bist du? Frag ich als Mami, dann stümt sie und dann sagt sie, stehst du ja im Brief, irgendwo in der Schweiz. Dann wird es als still, hörst du Fliegen am Tisch. Papi, wo bist du? Znacht tun wir an, als schlafen wir ein. Geht es denn eine Weile, dann merken wir gleich, dass unsere Mami nicht eingeschlafen ist. Papi, wo bist du? Kriegst du mein Briefchen, so ist es vielleicht Nacht. Die Heimat kann schlafen, der Papi wacht. Meng tausig, Papi, steh ihn knorig und frisch. Papi, wo bist du? Jetzt hör ich auf, es hat kein Wert mehr Platz. Nur noch ein Schmitzli, dein herziger Schatz. Komm schon mal zurück, mei, dann jüble mich froh. Papi, Papi, bist du wieder da? Zeitung, guiu. Schon mal zurück, du Junior. LL. Kioi. Vielen Dank.